Die automatische Gliederungsfunktion in Microsoft Excel macht das Organisieren und Zusammenfassen von Daten einfacher. Mit dieser kannst du Daten nach verschiedenen Kriterien gruppieren, ohne sie zu ändern. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du diese Funktion nutzen kannst, um deine Daten übersichtlicher zu gestalten. Bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Ich habe folgendes Beispiel vorbereitet und zwar habe ich hier eine Darstellung von Produkten auf einer Zeitskala. Und zwar sehen wir anhand dieser unterschiedlichen Produkte Auto, Wohnung, Restaurant und Flugzeug nach den einzelnen Monaten im Jahr. Und zwar hier der Januar, Februar, März sowie das erste Quartal als Zwischenergebnis. Wie wir sehen, habe ich hier eine Summenfunktion, welche uns die ersten drei Monate addiert. Dasselbe habe ich nun für die restlichen Monate durchgeführt, sowie ganz am Ende habe ich eine Gesamtsummenfunktion, welche uns die einzelnen Quartale summiert. Soweit das vorbereitete Beispiel. Nun möchte ich eine automatische Gruppierung anhand dieser Darstellung bzw. Daten durchführen. Dazu navigiere ich den Cursor auf eine beliebige Zelle in diesem Bereich und wähle anschließend im Bereich der Daten, gibt es nun die Gliederungsfunktion. Dort kann ich dann auf Gruppieren selektieren und habe dort die Möglichkeit eine automatische Gliederung durchzuführen. Ich klicke diese und erhalte nun anhand der Summen bzw. Aggregatfunktionen, erkennt Microsoft Excel automatisiert, wie sie denn diese Daten gliedern soll bzw. gruppieren soll. Nun können wir entsprechend unserer Anwendung diese beliebig zusammenfassen anhand dieser Gruppierung. Dadurch kannst du dir eine Menge Zeit ersparen bei der Aufbereitung von Zahlen bzw. Darstellungen. Des Weiteren kannst du diese automatische Gliederung auch wieder herausnehmen. Dazu selektierst du wiederum eine beliebige Zelle in diesem Bereich, navigierst auf Gliederung und dort gibt es dann die Funktion Gliederung entfernen. Und nun sind diese automatischen Gliederungen wieder entfernt. Ein zusätzlicher Tipp, den ich mitgeben möchte, und zwar wenn wir nun eine Gruppierung durchgeführt haben und möchten diesen Bereich ausgeblendet haben, so kannst du das mit STRG 7 einfach ausblenden und die automatische Gliederungsfunktion ist somit nicht durchführbar. Du kannst diese auch wieder mit STRG 7 einfügen und erhältst nun entsprechend diese Darstellungen. Wie du siehst, kannst du mit dieser Funktion dir eine Menge Zeit ersparen in der Aufbereitung von Microsoft Excel Daten. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!